Die dritte und vierte Ebene, wo wir alle gehen, wenn wir verlassen diese physische Welt, sieht etwas aus wie unsere Welt. Alles, was wir schön finden in unserer Welt, die schöne Landschaft, die Seen, die Bergen, die Felden, also viele mögen das flach, viele mögen das hügelig, aber alles, was wir schön finden, gibt es in die geistige Welt. Natürlich, das ist eine feinstoffliche Welt und das hat etwas zu tun mit Licht. Wir besitzen zu Lebzeiten einen Lichtkörper und wenn wir sterben, wir befinden uns in dieser Lichtkörper und wir gehen einfach hin zu der passenden Ebene, wo unsere Lichtkörper einfach passt, von der Schwingung hier. Untertitelung des ZDF, 2020